Meine liebe Freundin, mein lieber Freund, brennt auch in dir der Wunsch nach einem persönlichen und spirituellen Durchbruch. Ich bin Shana Ma, dein Freiheits- und Lichtfrequenzcoach. Wir arbeiten für deine Freiheit von allem, was du nicht bist, für das erwachte Bewusstsein der neuen Zeit. Es geht um deinen Prozess des Erinnerns an die Freiheit deines Gottselbst, was die Essenz meiner Arbeit mit dir ist und worüber ich schon so oft in meinen Botschaften geschrieben habe. Dieser Prozess ist sehr vielschichtig und folgt deinen individuellen Bedürfnissen und Entwicklungen, die dir am meisten dienen. So freue ich mich sehr, dich zu deinem Freiheitscoaching mit mir einzuladen. Wir nutzen dabei Lichtfrequenzen der neuen Zeit und vieles andere mehr. Worum geht es dabei? Deine wahre Selbstnatur ist Liebe, Glückseligkeit. Doch 99,9% der Menschen sind mehr oder weniger identifiziert mit dem künstlichen Matrixbewusstsein, das all das ist, was du nicht bist. Es sind die unwahren Programme deiner nie glücklichen und daher falschen Identitäten. Die täuschende Matrix ist also zuerst in dir, nicht außerhalb von dir. Befreie dich von deiner schmerzhaften Verkrampfung in all deine falschen Selbstbilder hinein und erinnere dich an das ursprüngliche, strahlende Wesen, das du immer gewesen bist. Und du befindest dich auf einer neuen, hochschwingenden Zeitlinie, die für die falsche Matrix unzugänglich ist. Das Opferdasein ist Vergangenheit und deine liebende Schöpferkraft ist der natürliche Impuls deines Lebens geworden. Bist du bereit, das Abenteuer deines Lebens zu beginnen? Es ist mir eine große Ehre, dich durch einen multidimensionalen und hobenergetischen Prozess zu führen, der die Fülle deiner gottgegebenen Kraft, Liebe und Freude freisetzt, um sie mit der Welt zu teilen. Denn das ist der Grund, warum du hier bist. Vereinbare jetzt einen Termin mit mir für eine kostenlose Einführungsberatung. Wir arbeiten weltweit mit Zoom, die Plätze sind begrenzt. Nutze die Kontaktbox auf meinem Blog oder Mail an shanama.pm.me Ich freue mich auch sehr, wenn du diese Einladung an deine Freunde, Familie und Bekannten weiterleitest, die auf diese Gelegenheit warten. Mit Liebe und Dankbarkeit. Shahnama, dein Freiheits- und Durchdrefferns-Kurz. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020